Ja, die Leute hier unten ohne Eimer werden die ganz klar abkacken, weil wir brauchen Eimer, um die Leute mit Wasser zu versorgen. Dann brauche ich aber noch die Chest, Construct Wooden Chest. Weißt du was, wir lassen Lucy das machen. Wenn Lucy eine Rockchest macht, gibt es das? Es gibt keine Rockchest hier. Jetzt müsste es aber einen Stonecrafter Shop geben, in dem das gemacht werden kann. Allerdings habe ich den noch nicht. Das heißt, wir machen doch eine Wooden Chest erstmal. Wooden Chest, wieder runter. Wahrscheinlich wäre es C gewesen, oder? Chest, H, okay. So, du sollst promoted werden. Du sollst als erstes gemacht werden. Jetzt fehlt uns für diesen Vorgang allerdings noch das Holz. Das heißt, wir müssen jetzt raus in die Kälte und uns ein wenig Holz zusammenfällen, würde ich sagen. So, bitte. Die Bäume sind alle zu klein, okay. Die sind ebenfalls zu klein. Da sind zwei Bäume drunter gewesen, die ich fällen kann. Also magere Ausbeute hier. Ja, sechs Bäume ist okay. Wir gehen mal runter. Oder wurde das Holz vielleicht umverlagert schon? Was ist da drin? Solomit Bin, ja, wir sehen nicht, was drin ist. Das ist schade. Ich hoffe einfach mal, dass die Kiste gemacht wird. Hier unten sind jetzt noch die Carpenter Workshops, die gebaut werden. Ich habe nur kontrollieren wollen, ob da nicht vielleicht Aufträge drin sind. Das wäre nämlich schlecht. Aber wir haben die Kiste tatsächlich fertiggestellt. Die brauchen wir für das Krankenhaus. Da werden Materialien drin gelagert. Ich weiß nicht, ob da auch die Eimer drin gelagert werden. Deswegen habe ich das jetzt mal als oberste Priorität da festgemacht. Needs Boxes and Bag. Ich habe das Gefühl, dass die Kiste automatisch in dieses Stockwerk hier gebracht wurde. Ich kann dort keine Holzkiste entdecken, aber ich denke mal, so wird es gewesen sein. Äh, ja, die Holzkiste wurde uns verwehrt. Aber wir kennen ja inzwischen den Hotkey. Aha, aha, sehr interessant. So, euch ebenfalls nach oben. Ich brauche diese Holzkisten. So, nochmal kontrolliert, ob da wirklich Holzkisten drinstehen. Also, die Leute scheinen mit Getränken versorgt zu werden. Oder sie sind einfach vorher wieder aus dem Krankenhaus raus. Wobei, dieses blaue Blinken müsste bedeuten, dass sie am Dursten sind. Von daher kriegen die nichts zu trinken. Das ist schlecht. Mir fällt gerade auch auf, woher denn? Woher denn auch? Die Seen sind alle zugetrocknet. Das heißt, unsere Leute verdursten gerade. Und wir können nur hoffen, dass... Das... Das Zitron... Nein, wer bist du? Das Project E-Player... Und Puma... Dass die wieder gerade stehen, bevor sie verdursten. Ja, das ist jetzt recht uncool. Alkohol dürfen die Leute nicht, während sie im Krankenhaus sind. Da wird wieder gebettelt. Dire Lion is fighting. Der wird wahrscheinlich vom Bolzen durchlöchert. Ich suche gerade erstmal den Jäger. Für eine Jagd braucht man Jäger und Gejagten. Allerdings sehe ich weder noch. Wobei den Gejagten... Der unter Vermutung gejagt zu sein stand, habe ich gesehen. Die Leute sind vorher wieder ready. Das ist gut. Das heißt, die verdursten jetzt nicht mehr, weil sie Alkohol trinken. Das war Glück an der Stelle. Den Leuten geht es wieder gut. Und den Leuten geht es langsam wirklich gut. Die Leute fangen an, sich wohl zu fühlen. Das ist sehr schön. So, wir haben jetzt immer noch leichte Probleme mit den Räumen, die gebaut werden sollen. Ich sehe nämlich gar keinen, der gerade irgendwelche Räume aushebt. Das ist uncool, aber na gut. Ja, Cut Tree. Wir brauchen mehr Bäume. Wir brauchen mehr Holz für unsere ganzen Aufgaben. So, da haben wir ein paar Bäume. Ich habe entdeckt, was die Bäume sind, die wir brauchen. Diese abgefressenen Bäume, die aussehen wie Sträucher. Dann wollen wir die Leute mal ein paar Bäume fällen lassen. Ich sehe, wir haben noch eine Menge Tische. Äh, Quatsch, Stühle sind das. In der Tat könnten wir unsere Meeting Hall noch ein bisschen auffeinern. Mason's Workshop. Erstmal Lucy, mach mal noch ein paar Blöcke. Das kannst du gut. Und dann kannst du... Machen wir mal vier Dining Room Sets. Und ein paar Storage Sets. Du wirst mehr Blöcke brauchen, denke ich. Aber kriegst du, kriegst du, kriegst du. So, dann wollen wir hier mal weitermachen. Ja, wir bereiten uns auf die nächsten Migration Waves vor. Wir konzentrieren uns gerade nicht so viel auf Militär oder so. Das können wir auch noch gar nicht, da wir noch keine Möglichkeit Waffen zu machen haben. Die haben wir in Kürze. Also, das wird bald kommen. Wir werden erstmal Steinwaffen verwenden. So, dann brauchen wir noch Tables für das Ganze. So, die meisten davon werden Masterpiece sein, weil Lucy einfach extrem viel Ahnung von sowas hat. So, ebenfalls hier. Ja, ihr seht schon, das werden einige. Aber ein legendärer Dining Room, und das kriegt ihr durch viele wertvolle Items, ist halt mit das, was die Zwerge am glücklichsten hält und damit zu schnellen Arbeiter macht. Wollen wir mal hoffen, dass das so klappt. Na, die Leute fangen an zu schleppen. Das ist gut. Was ist es denn wieder? Dyer Linus. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, wo. Ah, da oben rechts in der Ecke. Resume. Ja, wird gejagt. Das hier hat keine Chance. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir in Kürze wieder ein paar pölzerne Bolzen herstellen, denn so wie die die Bolzen raushauen, haben wir bald keine Bolzen mehr. Was gerade gut ist, wir kriegen halt ziemlich viel Holz rein, dafür, dass wir eigentlich viel ausgeben. Da habe ich auch gerade gesehen, dass wir jetzt endlich eine holzerne Kiste haben. Place Container. Wurde ein Chef. Dann will ich hier noch einen Stuhl haben, sowie einen Tisch. Das wird quasi die Rezeption, könnte man sagen. So, in diesen Kisten werden jetzt in der Regel die medizinischen Versorgungsgüter gelagert. Das heißt, was das angeht, sollte alles geklärt sein. So, die Leute stoßen mal wieder auf Wurzeln, aber das soll uns nicht stören. Unser Holzlager füllt und sinkt die ganze Zeit. Sag mal, wieso tut ihr euch so schwer, das Zeug hier auszumeinen? Habe ich denn noch mehr als einen Miner? Weed Dwarfs, ja, legendär, nein, Level 11. Also es sollte eigentlich schneller gehen. Lucy ist währenddessen der legendäre, die legendäre Zimmerfrau. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wir werden in Zukunft eigentlich nur noch Masterpieces sehen. Und das wird unsere Zwerge mit der Zeit sehr, 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 sehr glücklich machen. Das könnt ihr mir glauben. Ja, sie können irgendwas nicht machen. Was ist es denn? Ja, ihr könnt wieder keine Lebensmittel machen. Wir haben auch erst einmal genug, so ist es nicht. Wir schauen mal gerade in unsere Plum-Pelmet-Population. Das sind eine Menge. Das sind ebenfalls eine Menge. Also wir haben langsam genug. Wir haben 15 Eier, die nicht gekocht werden dürfen. Aber auch noch keine kleinen Drecksviecher ergeben haben. Wir vergrößern mal den Raum hier ebenfalls. Ja, da werden nämlich noch ein paar reinkommen mit der Zeit. So, die sind Plum-Pelmet-zum-Pflücken. Das kann geöffnet werden. Ich möchte bald die Feldarbeit vergrößern. So, wieder runter. Holz ist gut. Möbel sind knapp. Werden aber noch gebaut. Nur brauchen wir noch mehr Möbel. Ich merke das schon. Ne, nicht würden. Masonry kann ich schon gar nicht mehr machen, weil wir keine Blöcke mehr haben. Und 10 die Blöcke. Steine haben wir noch genug. Das ist kein Problem. So, ich sehe gerade, der Steinbereich ist komplett ausgerufen. Das heißt, wir werden schon mal ein paar Workshops bereit machen. Zwei Masons können es sein. Dann möchte ich auf jeden Fall haben, den Stonecrafter. Auf jeden Fall. Dann kommt hier in die Abteilung der Furniture-Shop, weil wir alles aus Stein machen werden, weil wir Zwerge sind und was cool ist. Ja, aber wir haben keine Blöcke mehr. Das heißt, wir können das erstmal nicht machen. Er denkt nicht, dass er es tun kann. Das ist mir aber relativ schnuppe. So. Lampel mit Wachsen. Lager. Steigt mit Kisten. Diese Kisten sind halt verdammt wichtig, weil wir da unsere Steine drin lagern können, unter anderem. So, war das unsere... Waren das die Waffen? Ne, das waren, finde ich, Goods. Ja, wir werden auch noch eine Waffenkammer bauen, aber erst später. Wo wir dann auch mal Überblick über unsere Rüstung bekommen werden. So, hier wird gefuttert. Das ist gut. Tische und Stühle sollten eigentlich genug vorhanden sein in der Dining Hall. So, Betten sollten hier genug vorhanden sein. Mac Bedroom. Mac Bedroom. Nur mal kontrollieren, ob alles vergeben ist. Die Leute hier freuen sich. Die Anfangsbesitzung. Die haben die Mega-Betträume. Gehen wir mal wieder höher. Okay, wir haben die ersten neun Echsen. Ich habe gerade gesehen, dass die ersten Eier schlüpfen. Und zwar an mehreren Seiten. Das heißt, wir werden mal in die Pen- und Pest-Stats gehen. Und hier die Einstellung ein bisschen verändern. Die Frill Lizards können drin bleiben. Frill Lizard Hedchlings. Ein paar sind geschlüpft. Aber wir haben neue Echsen. Hoffentlich auch weibliche. Es wird jetzt nicht sein, bis die erwachsen sind. Aber da müssen wir wohl mit leben. Dann die ganzen Küken hätte ich gerne. So, das waren eine Menge Küken. Also in der Tat haben wir eine Menge Hühner dazu bekommen. Währenddessen verfolgen wir doch mal, was hier so im Fort passiert. Habe ich inzwischen wieder Blöcke. Versuchen wir mal einen Furniture-Shop zu bauen. Das war glaube ich F. Nein. Was? Großes I. I. I war es. Kleines I. Ja, uns fehlen immer noch die Blöcke, um das Gebäude zu setzen. Das ist ein bisschen doof. Problem ist, dass wir nur Lucy haben, die sich um sowas kümmert. Lucy scheint gerade Pause zu haben. Jetzt fängt sie an, wieder Blöcke zu machen. Ja, schneller. Was ist das denn immer? Die Kampfgeräusche. Die ganzen Jäger. Die sind mich total am verwirren mit ihren Kampfgeräuschen. Ja, wir können wieder ein paar Bolzen machen. Das fände ich ganz gut. Dann machen wir das doch. Dann gehen wir mal weiter runter. Ähm. Ein erneuter Versuch mit Climb I. Ja, inzwischen haben wir ein paar Blöcke. Hier soll der Möbelladen hin. Ja, die Möbelwerkstatt. So, dann brauchen wir jetzt noch Stonecrafter. Ganz wichtig, Stonecrafter. So, mehr haben wir sogar. Wir haben eine ganze Menge Blöcke inzwischen. Lucy scheint wieder an die Arbeit gegangen zu sein. Ja, die Stonecrafter werden uns, habe ich jedenfalls in Erinnerung mit dieser Mod, die Möglichkeit bereiten, steinerne Waffen zu bauen. Schauen wir mal. Bin, Candlelight, Cage, Coffin, Fireplace. Äh, eine ganze Menge können wir machen. Make Rock Weapon from Two Blocks. Ähm, Weapon Blade. Das ist gut. Magma Save Blocks können wir auch machen. Ja, was uns erstmal interessiert, sind hier, ähm, die Klingen. Das wird erstmal sehr interessant sein. Dann können wir so völlig ein großes Sägeblatt machen. Äh, nein, 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 nein. Schade, dann hätten wir hier eventuell ein großes Sägeblatt machen können, um daraus, äh, schon mal statt dem Woodcutting Block, ein Sägewerk zu machen. Aber so viel Glück haben wir leider noch nicht. Ja, sonst, hiermit mal fertig machen. Hier können wir halt, äh, genau wie im Furniture Shop aus Blöcken Gegenstände machen. Die meisten, nur bringt uns das im Furniture Shop noch ein bisschen mehr. Aber wir wollen ja die Möglichkeiten haben, alles zu machen, deswegen stehen die Gebäude da. Also, wir brauchen definitiv mehr Blöcke, äh, mehr Blöcke natürlich. Und wir schauen mal, haben wir vielleicht noch einen Mason? Nein, derzeit nicht. Es wäre vielleicht jetzt mal eine Überlegung, neun Mason mit einzubeziehen. Aber, da derzeit, äh, der Mason uns halt auch im Furniture Shop die Gegenstände macht, möchte ich das weiter Lucy machen lassen, damit wir erstmal mehr Masterpieces bekommen und dieser, diese Dining Room halt wirklich legendär wird. So. Okay, es ist wieder Frühling. Äh, Dining in a poor, poor Dining Room, äh, Dined in a poor Dining Room recently. Hat vor kurzem in einem, äh, armen Dining Room gespeist. Äh, kann eigentlich gar nicht sein. Die anderen sind alle soweit zufrieden. Wir haben Happy Dwarfs. Sehr Happy Dwarfs sogar. Das finde ich wunderbar. Wir können uns noch an Zeiten erinnern, wo das nicht so toll war. Äh, ich möchte gerade mal was gucken. Dined in a legendary Dining Room. Wir haben einen legendären Dining Room inzwischen. Das heißt, die Leute fahnen voll darauf ab. Das ist schon mal ganz gut. Was noch gut wäre, wenn die Sehnen mal langsam wieder aufgehen. Aber so viel Glück haben wir noch nicht.